Ja, warum geht es? Nicht hier draußen, mein Herr. Hier entlang. Meine Familie verlässt sich auf mich. Bitte, ich habe Familie. Ich glaube, ihr glaubt, ihr sagt, es ist ein Lüge. Die Kamin werden nicht haften. Ich war noch alleine da. Im nächsten Moment war der Samurai hinter ihm. Und dann? Die Kamin werden nicht mehr so auf die Sorge aus. Die Kamin werde ich nicht mehr so auf den Weg. Das ist ein Daumen nach Bezug auf den Weg. Sie haben den Motikant. Fische, Hanoi! Fische, Hanoi! Fische, Hanoi! Fische, Hanoi! Fische, Hanoi! Halt seid ihr frei. Mein Herr! Wie habt ihr uns gefunden? Mein Nachkummer Tadayori schickte mich hierher. Was ist mit euch passiert? Ein mongolischer Spion fand eine vergessene Schriftrolle von Tadayoris Erstgeborenen. Sie zwang mich, sie zu entziffern. Und sie führte uns hierher. Sie haben also die Rüstung? Nein, ich führte sie in die Irre, da ich auf euer Kommen hoffte. Das war riskant. Es hat sich gelohnt. Die Rüstung ist unter diesem Denkmal versteckt. Nehmt sie an euch, mein Herr. Ein Denkmal an Tadayori. Tadayoris Rüstung. Unglaublich gut gearbeitet. Zurück, Musikant. Ich halte euch die Mongolen vom Leib. Was? Was ist das? Hier konnte Tadayori also hunderte Piraten allein besiegen. Tadayori, Tadayori, Tadayori! Tadayori, Tadayori, Tadayori! Tadayori, Tadayori! Die Rüstung ist perfekt für einen Schützen. Meine Geschichte fand das richtige Publikum. Und nun wird es für mich Zeit, weiterzuziehen, mein Herr. Seltsame Geräusche locken die Wachen an. Diese Furien können Ablenkung sein oder Köder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich erinnere mich nicht mehr an sein Gesicht. Darf ich euch helfen, mein Herr? Gehört euch, wenn ihr mir mehr bringt. Danke. Hier! Lasst mich eure Rüstung veredeln. Zu eurem Schutz. Viel besserer Schutz. Mit Stolz helfe ich an die Waren wieder. Fürst Sakai, habt ihr einen Moment? Es ist wichtig. Ich könnte euren Bogen verbessern. Nichts schlägt einen perfekten Schuss. Euch fehlen die benötigten Materialien. Tut mir leid. Sie sind bald wieder fort. Gut. Kaum einer mehr kann uns beschützen. Bitte, dass ihr euch gebt habt. Ich sehe dich. Ich bin nicht so alt. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich bearbeite Metall, Holz und Stoff. Nur das Beste für euch. Tut mir leid, dafür brauche ich mehr. Wir sehen uns wieder. Bejagten erfolgreich sein. Ich werbe euch gern zu Dienst. Ich brauche doch nur was zu essen. Wie sitzt eure Rüstung, mein Herr? Habe ich den Schutz, den ihr braucht? Ihr benötigt mehr für diese Verbesserungen. Ich brauche dich, das ist ein Schuss, das ist ein Schuss, das ist ein Schuss, das ist ein Schuss. Untertitelung des ZDF, 2020